5. Seinen Topf 3. Kugeln Ich glaube, Sie waren sehr susceptibles zu liften Attacken. Fast to victory on Myriad indeed. Das Strategie nie würde ich nie occurneden. Somehow, hier. Ja, ich weiß. Oh Gott. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Wer bist denn du? Ja, ich weiß. Oh Gott. Aber wir werden jetzt unterstützt von irgendwelchen Leuten. Oh Gott. 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 Und förmiges Auge erhalten. Sauber. Stufe 10. Nice. Pastor, I vowed away my every word before speaking. And when in doubt, I shall hold my tongue. Oh god, fine. Let me get that. I've a knack for gathering items, and am ever on the hunt for new finds. I'll glad... At least I go, knowing I fought to the best of my ability. I'm delighted to meet you. Especially if we should... Vasaile Abzeichner. Erhalte Abzeichner als Zeichen ihres gesammelten Wissens um ihre Kompetenz auch für die Kampffertigkeit oder Erkundungserfahrung. Abzeichner sind nützlich für die Erweckten im Wort und Tat. Monster Abzeichner werden Vasaile verdient, die eine gewisse Anzahl an Monster von einem bestimmten Typ besiegt haben. Solche Vasaile sind so bewandert im Umgang mit der besagten Kreatur, dass die beste Art, sie zu besiegen, kennen und den Erweckten zu geraten. Feldabzeichner werden an Vasaile vergeben, die ausreichend oft in einer bestimmten Region kampiert haben. Wenn du dich in der besagten Region auf ein Abenteuer begibst, wird der Vasaile sein Wissen über die Gegend mit dir teilen. Okay. So. Oh, was bist du? Sucher-Medaillons. 240 dieser Medaillons sind über das Land verteilt, an abgelegenen und unvermuteten Orten versteckt. Bring sie zu einer Gildenhalle und du erhältst mitunter besondere Belohnung, wenn deine Sammlung wächst. Du darfst keinen Stein unberührt und keinen Winker der Welt unerkundet lassen, wenn du einen der Sammlung verstanden bist. Oh. Guck mal, hier können wir direkt mal campen. Oh, 900, 1900 Gold. Weiß. Oh, 900, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 24, 23, 24, 24, 25, 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 25 So, jetzt kriegt man überhaupt keinen Hunger nach. Eine Ruine am Flussufer. Okay. Obala. Alter, das ist alles ein bisschen hardcore. Laufbahnaufstieg, Kyra. Schön. Was ist das denn? Einfaches Nachtlager? Ja, ich bin schon auf dem Weg. Da unten gibt's irgendwas. Eine Siedlung ist gerade so in der Ferne erkennbar. Vielleicht wartet dort neue Entdeckung. Oh, da drüben ist ein Friedhof. Oh, wir sind in der Nähe von Vermund. Oh. Oh. Okay. Komplins. Aber ich will jetzt... Oh mein Gott. Oh. Dankeschön. Falafel... Falafel... Donner. Oder Donner? Oh. Yaaay. Nice. Einfach nur eben Lager aufschlagen Man weiß ja nicht, was in dem Dorf uns passieren wird Wo müssen wir denn hin? Oh, das ist noch ein bisschen Oh Ich müsste hier oben hin So Und da ist eine Truhe Und da ist schon wieder ein Camp Alter, wie viele Camps gibt es hier eigentlich? Oh Okay Und schon der nächste Angriff Und da ist noch ein bisschen Schön. Damit haben wir die ein bisschen planiert. So. Was gibt es denn hier auf dem Friedhof? Nicht viel, aber somit sind wir wieder auf dem Hauptweg und denen glaube ich so ein Gemaff folgen. So. Gutes Hackfleischprobe. Was? Okay. Oh. Mistake. Oh. Oh God. Eita. 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 bei der e 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 und da vielleicht endlich mal ein bisschen was verkaufen bei dem können wir kaufen und verkaufen das sollten wir dringend tun e e e e e gesundheit wieder her ok Oh. Ja. Moment. Gegenstände. Goldkäfer. Oh. Oh. Ja, ich folge dir. Ach, hier unten? Oh. Hä? Shinobi. Shinobi. So. Nee, ich will hier erstmal irgendwie mal ein Ding finden. Hier wäre es ein Gasthaus. Me thinks this can only... Oh. 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 Hey Will be destroyed from the other side. Forgive me if I do not jump for joy They say the sovereigns up in the palace recovering from seems driving away the dragon took quite a ton on our liege Tell is the beast's flames burnt in black as tar. It is a right miracle he yet lives if you ask me I can't wait to find out what was that Wow Was läuft bei dir falsch I've heard some interesting tidings about town if you refer to changes in the military Makeup I enjoy tackling fierce foes and prefer Abbrechen Oh god Im fall eines monster angriff auf die stadt würden wird bürger geraten zufrieden und zuflucht an einen sicheren ort zu suchen Wow Das ist eine sehr hohe erkenntnis Oh, ein Huhn Ein Hahn Sorry Ja, ich bin angeheilt You are approaching the gates of verne worth capital of vermont Non ma If you've an entry permit an invitation or proof of citizenship present it now I see so you are to meet with captain brand Hehehe I was informed of your coming with the arisen What möchte gerne er wector Captain brand You should know that this individual fought valiantly to defend the troops The watch head told me himself As decreed by the great will of our world there can only be one arisen That arisen now resides within the palace Indeed He is our sovereign and the rightful ruler of vermont It follows therefore That this ruffian before us is not but a pretender You must submit to questioning If you value your life you will not attempt to flee Okay I shall conduct the interrogation myself Stand watch outside Gemeinheit I beg your forgiveness for my insolence your majesty If the queen regent had learned of your existence I fear your life would have been in peril Okay I had no choice but to treat you as a pretender Less my actions draw suspicion from watchful eyes Oh krass Then you have truly lost your memory? In that case May I buy ought to explain the situation before we proceed Yeah You and no other are the sovereign The only legitimate ruler of this kingdom Some days passed You confronted the dragon in the village of Melv Where upon you became arisen The people rejoiced For our true liege That finally appeared And in vermont's long years of council rule Yet Not all celebra- Einige Monate zuvor Your rival would have robbed the queen regent Deesa of everything Shhhhhhhhhh During the time of the previous council She acted as a queen in her own right Ruling the palace as she saw fit And just after the council's passing When twas all but certain that her son would take his father's place Would reach the castle that the arisen had been found Shhhhhhhhhh To Deesa Your majesty's very existence is not but an obstacle to our own family's continued prosperity God oh god oh god The assassination of the arisen is an impossible feat for mortal hands Thus Deesa chose to abduct your majesty while you recovered from your wounds In order to rob you of your memory with a fell curse and sell you to battle as a slave Oh krass Following that She prepared a replacement to serve as the sovereign in your stead A mere puppet However With your majesty returned I have no intention of twiddling my thumbs as Deesa plays her games I shall devise some plans to further our cause Pray Visit me a night in a tavern that we might discuss them Okay Hmmmm 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 Oh Das ist des stellvertreters der Vermont angekommen Oh Oh Sowohl Vermont als auch Bartel sehen die Geißel des Drachen als oberste Priorität an. Sollte die elende Kreatur auf eine der beiden Seiten der Grenze niedergehen, haben beide Nationen geschworen, Hilfe zu leisten und bei der Evakuierung der Bevölkerung und bei Aufklärungsmissionen zu assistieren. In solch einem Fall wird von allen Truppen erwartet, jegliche Uneinigkeit in Glauben oder Kultur beizulegen und sich vollkommen ihrer Pflicht zu widmen. Interessant. Ja, bist du. Okay. So. Ah, ich wollte erstmal hier den. Okay. Okay. Oh. Ah. Woops. Oh, da, friend. Care to help a fellow out? All I ask is that you hear my request. Was habt ihr zu verlieren? Vielen Dank, Herr. Wie geht es um meine Oxtart-Business? Ich habe mich auf die Aufmerksamkeit, aufgrund der ganzen Monster auf der Straße. Aber jetzt fühle ich mich bereit, um wieder zu machen. Nur das Problem ist, es gibt noch Monster dabei, und ich kann es nicht darum, für die Sicherheit der Karten. Das ist, wo du kommst. Siehst du, ich habe hier eine Lettere von Lady Margit, die Frau der Watch-Heads-Wife, um zu Warn-Sel-Lennert in Melv. Ja, das war ich schon. die Karten in meine Städte und sehen, dass die Lettere ihre Rezipienten erreicht. Was sagst du, Freund? Wunderschön! Ich wusste jetzt. Die Karten sind nur bei bestimmten Stunden des Tages. Okay. Nice. I'll be waiting to hear from you.